Das Narzissenfest hier in Aldersee ist ja was ganz Besonderes. Da sind ja alle Boote dann geschmückt. Die fahren dann hier auf dem See, im Alderseesee und präsentieren sich dann alle mit Narzissen. Ja genau. Was ist das Geheimnis bei dir für einen perfekten Knödel? Ja, es muss mit Liebe gemacht werden. Was heißt Wasserschalmschießen? Man schießt auf das Spiegelbild im Wasser. Guck mal, besser geht es nicht. Jetzt so schöne Geräusche der Forelle. Die Natur macht die Qualität und die findest du hier in der Steiermark. Die Gegend ist ein Traum. Das Essen schmeckt. Mehr kann man nicht erwarten. Vielen, vielen Dank, Manuel. Danke dir. Jetzt ist der perfekte Steirer-Tour. Super ist es gemacht. Danke. Jetzt ist der perfekte Steiermark. Wobei holt ihr den Steilzock? Wie ist das? Danke.